Wir sehen uns heute mal FlatPress an, die offizielle deutsche Version von flatpress.org und zunächst beantworten wir die Frage, was ist FlatPress? FlatPress ist eine freie Blogsoftware, es ist einfach zu bedienen und in wenigen Minuten eingerichtet. Es läuft mit PHP und braucht keine Datenbank. Das FlatPress Projekt gibt es seit 2006, die Software ist ausgereift und bestens getestet. Mehr Informationen zum FlatPress Projekt und seiner Philosophie gibt es in den Frequently Asked Questions. Features sind unabhängige, standardkonforme Blogsoftware, speichert in Dateien, keine Datenbank benötigt, einfache Installation, einfaches Backup, potente Plug-in-Schnittstelle mit Widget-Unterstützung, einfach anzupassen mit Themes, powered by Smarty, Kommentarfunktion mit Spam-Schutz, freie Software unter GNU-GPL. Klingt verlockend, direkt zum Download oder vorher die Demo ausprobieren. Das Ganze kommt als ZIP daher, können wir mal kurz reinschauen in die ZIP. Die sieht dann so aus, das wird einfach hochgeladen. Man führt einen kurzen Setup-Prozess durch und dann ist das Ganze schon installiert. Wie gesagt, minimale Anforderungen, keine Datenbank benötigt. So, dann wird hier noch erklärt, wie man das Ganze installiert. Also das FlatPress Download-Paket wird tatsächlich nur entpackt und auf den Server hochgeladen. Der Server wird im Browser aufgerufen. Dann sollen die Daten in den FlatPress Installer eingegeben werden und dann wünschen wir uns auch schon fröhliches Bloggen mit FlatPress. Das Ganze, wie gesagt, unter GNU-GPL Version 2. FlatPress läuft natürlich auf jedem Web-Server, der PHP 5.6 oder höher unterstützt. Speziell unseren deutschsprachigen Nutzern empfehlen wir aber, sich unsere Freunde bei UD Media einmal näher anzusehen. Aha, das ist ein Link auf einen Webspace-Anbieter, nehme ich an. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir gehen direkt rein in FlatPress, beziehungsweise schauen uns die Webseite vorher noch etwas genauer an. Also den Download-Bereich haben wir schon gesehen, den Demo-Bereich überspringen wir. Kontakt ebenfalls, Hosting ist hier unten auch nochmal verlinkt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Nein, könnt ihr nicht. Ist aber so, neben dem Impressum wird nochmal auf den Hoster hingewiesen. Dann gibt es einen Blog, da gibt es vermutlich Neuigkeiten zu lesen. Ein Wiki-Bereich. Es gibt ein Forum. Es gibt Themes. Das klicken wir jetzt auch mal an zur Abwechslung. Ihr seht, hier sind einige Themes aufgeführt. So viele sind das nicht. Ich habe mir mal zwei, drei runtergeladen zur Demonstration. Zeige ich euch gleich. Dann gibt es Plugins. Die sind auch relativ übersichtlich. Sind auch gar nicht so viele. Und es sind auch schon einige in die Installation integriert. Und damit haben wir die Webseite eigentlich abgearbeitet. Wir können mal noch aufs Impressum schauen. Hier ist eine Einzelperson verantwortlich. Weiß leider nicht, wie stabil das Ganze hier ist und wie zuverlässig etc. Ich habe das einfach gerade entdeckt. Wollte es mal kurz vorstellen und zeigen. Vielleicht muss es nicht immer WordPress sein. Ich liebe WordPress. Meine Webseite läuft auch auf WordPress-Basis. Aber es ist schon sehr überladen geworden mit den Jahren. Und Flatpress ist das krasse Gegenteil von WordPress. Es ist viel, viel einfacher. Es ist dazu gedacht, für einen einzelnen Administrator ein persönliches Blog aufzusetzen. Und wir sind hier im Administrationsbereich meiner Installation. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Und so sieht jetzt die eigentliche Webseite aus, die der Besucher zu Gesicht bekommt. Was eben nicht unterstützt wird, das sind mehrere Nutzer. Es gibt nur mich quasi als Administrator. Und auch nur ich kann Beiträge posten. Wie das mit den Kommentaren jetzt genau läuft, weiß ich nicht. Ob hier auch andere Menschen kommentieren können. Das müsste man dann ausprobieren. Das kann ich euch im Moment auch nicht sagen. So sieht auf jeden Fall jetzt meine Webseite aus. Und das ist wie gesagt der Administrationsbereich. Den können wir uns mal ansehen. Hier gibt es zum Beispiel den Bereich Beiträge. Und ein Beitrag ist ja schon hier. Welcome to Flatpress. Ein Beispieleintrag. Und den können wir natürlich auch bearbeiten. Ihr seht, wie das Ganze hier eingegeben werden muss. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier mit der Script-Sprache in Anführungsstrichen. Da muss man sich dran gewöhnen. Hier h4, h4. Das sind so HTML-Tags, die da eingebaut werden können. Gefällt mir gut. Aber ihr seht schon, dass das Ganze etwas möglicherweise komplizierter zu schreiben ist wie bei WordPress. Da müsst ihr nur drauf los tippen. Und hier müsst ihr tatsächlich ein bisschen coden. So hat es den Eintrag. Wir sind jetzt im Bereich Beiträge. Können hier Beiträge verwalten. Einen neuen Beitrag schreiben. Kategorien verwalten. Es gibt ein Kommentarcenter. Also anscheinend können hier doch andere Menschen auch Beiträge schreiben. Auf der Startseite kommen wir zu neuer Beitrag, Beiträge und Kategorien. Das heißt, das bringt uns auch wieder in diesen Bereich hinein. Und dann gibt es hier noch die Widgets. Die können wir auch später nochmal hier oben anklicken. Es gibt Plugins, zu denen wir später noch kommen. Die grundlegende Konfiguration kann hier vorgenommen werden. Hier können wir also den Titel bearbeiten und den Untertitel. Wir können die internationalen Zeiteinstellungen anpassen. Das sind so die Basics, die man hier einstellen kann. Der Bereich Konfiguration, der auch später noch käme. Also hier wird quasi nur auf Teile des Menüs verwiesen. Hier ist der Flatpress-Wartungsbereich. Hier kann man zum Beispiel den Index neu erstellen, den Catch leeren lassen, Zugriffsrechte ändern, PHP-Informationen des Web-Servers anzeigen und auch auf neue Versionen prüfen. Es gibt zum Beispiel hier eine neue Version. Da müsste man sich schlau machen, wie man die einspielt. Das geht über den Bereich Wartung und Konfiguration. Das haben wir also somit schon abgearbeitet. Neben den Beiträgen gibt es auch noch Seiten. Da gibt es auch Beispiele, in dem Fall hier About und Menü. Und die finden wir natürlich auch hier im Blog wieder. About und mal schauen, wie das Menü hier aussieht. Bearbeiten. Ja, hier wird tatsächlich das Menü von Hand sozusagen konfiguriert. Also das Menü ist eine normale Seite und bewirkt dieses Widget, diesen Abschnitt hier. Interessant. Also das ist durchaus interessant alles. Man braucht aber anscheinend gewisse HTML-Kenntnisse, um damit was anfangen zu können. Die kann man sich natürlich auch aneignen. Früher gab es da mal eine gute Webseite, self-html.org. Die hat sich ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ob die noch hilfreich ist. Verwaltung statischer Seiten. Das ist der Bereich. Also Seiten sind eben statische Seiten. Und Blogs sind kleine Einträge, die man fortwährend macht. Ihr kennt das Konzept wahrscheinlich zum Beispiel von WordPress. Das zum Bereich Seiten. Dann gibt es hier einen Uploader. Hier kann man eine oder mehrere Dateien auswählen, um sie in Beiträgen als Bild- oder Textdatei zu verwenden. Also wir können hier irgendwelche Bilder dann tatsächlich hochladen. Können wir ja mal testweise machen. Datei hochgeladen. Und die müsste ich jetzt theoretisch im Beitrag verwenden können. Die Bilder beziehungsweise die Uploads. Wobei ich hier jetzt spontan auch ein bisschen überfordert bin. Mail, Mail, Überschriften, Code Beispiel. HTML. Ich kann euch jetzt leider auch nicht sagen, wie man die Bilder direkt einbindet. Images. Das geht dann auch wieder über einen BB-Code-Befehl. So wie das hier aussieht. Jedenfalls funktioniert der Uploader. So viel können wir sagen. Das ist der Media Manager. Ah, und hier können wir auch auf die Uploads zugreifen. Okay. Media Manager und Uploader. Dann gibt es den Bereich Widgets. Die Widgets kann man hier verschieben. Wir können zum Beispiel die Wordbox verschieben. Dachte ich. Geht aber nicht wirklich. Ah, hier. Ja, tatsächlich. Verfügbare Widgets sind auf der rechten Seite. Das sind die Widgets in der rechten Leiste. Vermutlich gibt es hier noch andere Leisten. Nämlich oben, unten und links. Wenn man das denn möchte. So mit einer Seitenleiste rechts ist das Ganze vielleicht etwas übersichtlicher. Ich will jetzt hier auch nicht zu sehr rumprobieren. Aber wir können auf jeden Fall die Änderung speichern. Und dadurch zieht es die Suche von hier unten nach da oben. Also es funktioniert alles soweit. Das ist schon mal gut. Blockpowser Widgets. Also in diesen Tabs hier gibt es nochmal Untertabs. Dann gibt es hier Plugins. Antispam Plugin. Admin Area. Das ist das, was wir hier vermutlich gerade benutzen. Archive, BW Code, Block, Parser, Kategorien. Hier können wir Dinge aktivieren und deaktivieren. Und wir können uns zusätzliche Plugins runterladen. Und auch Themes. Das zeige ich euch gerne mal hier im FTP-Programm. Das hier ist die Testinstallation. Und im Bereich Interface, FP Interface findet ihr Themes. Da kommen die Themes hinein, die ihr runterladen könnt auf der Seite, die ich euch vorher gezeigt habe. Und irgendwo kann man eben auch Plugins rein platzieren. Nämlich hier FP Plugins. Und ihr seht hier sind auch die ganzen vorinstallierten Plugins schon drin. Also das ist relativ einfach zu verstehen. Hier ist die Plugin Verwaltung. BB Code. Hier kann man die BB Code Einstellungen konfigurieren. Es gibt einen Quick Spam Filter. Und wir können schöne URLs erzeugen lassen. Schöne Adressen sozusagen. Wir können das hier dann in der HTXS Datei speichern. Will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Die WordPress-Administratoren wissen vermutlich, was ich meine. Und damit sind wir dann auch schon beim Bereich Themes angelangt. Das hier ist das Leggero-Theme. Das ist standardmäßig dabei. Könnt euch aber auch andere, mehr oder weniger hilfreiche Themes runterladen. Dieses komische Windows-Theme sieht so aus. Wobei das völliger Blödsinn ist, wenn ihr mich fragt. Ich habe das nun mal aus Interesse und zur Demonstration heruntergeladen. Oder hier haben wir noch ein iMobile-Theme, was an Apple-Mobile-Geräte angelehnt sein soll. Wir haben hier aber weder Menü noch Beitragsanzeige oder sonst was. Also da bin ich mir auch nicht sicher, ob das Menü gerade so funktioniert. Beziehungsweise das Theme, wie es eigentlich soll. Ja, also einfache Geschichte. Ihr müsst euch da aber auf jeden Fall reinfuchsen, was die Bearbeitung der Beiträge angeht. So ganz trivial ist das nicht. Im Ergebnis habt ihr dann aber eine Webseite, die wirklich euch gehört, möchte ich sagen. GNU-GPL-Lizenz. Da kann man nicht viel falsch machen, solange das Ganze hier nicht forked. Ihr dürft das Ganze forken. Also ihr dürft den Programmcode des Content-Management-Systems verändern und euren eigenen Code dann, euren verändernden Code dann auch veröffentlichen. Selbstverständlich, aber das muss dann auch wieder unter der GNU-GPL 2 passieren. Mit dem eigentlichen Benutzen der Webseite hat das, glaube ich, relativ wenig zu tun mit den Lizenzbedingungen. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr könnt da auch lässig ein C2024 bei euer Name bitte einfügen, drunter setzen und müsst keine Angst haben, dass ihr verklagt werdet von irgendwem. Warum auch immer. Ja, soviel hier zur kurzen Vorstellung des Content-Management-Systems FlatPress, das ich hier einfach nur mal ausprobieren wollte. Macht das ebenfalls, falls ihr das möglicherweise interessant findet. Weiß gar nicht, ob sowas noch benutzt wird, ob es noch andere Sachen gibt außer WordPress. Hinterlasst mir gerne eure konstruktiven Kommentare. Was benutzt ihr für Content-Management-Systeme? Schreibt mir das gerne unten rein und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Abo oder Like nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020